Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Schmiede der Erinnerungen, anzunehmen bei Gorgwan, auf der Insel von Dorn, an dieser Stelle im Gebäude drinnen, Eingang ist ungefähr hier. Sieht man auch im Video zu Vorquest, einfach nach der Quest noch eine Tradition suchen, da sieht man genau, wo man in dieses Gebäude kommt. Sprech mit Gorgwan, um die Laterne zu schmieden. Hier diese Sprechblase klicken, mal schauen, was er jetzt von uns will. Werft ihr mir bitte Erz, Erz? Erz was? Okay. Einen geladenen Kern, ist das da? Ja, das ist der geladene Kern. Kohle, liegt gleich hier daneben. Immer benutzen. Komm schon, sag was du willst. Geladenen Kern, wieder das da auf dem Tisch. Es muss bei euch nicht dieselbe Reihenfolge sein. Das ist, glaube ich, zufällig immer, was er will. Ihr müsst auf dem Chat achten. Geladenen Kern, wieder nochmal. Sollte es bei euch nicht anzeigen, dann geht hier auf Allgemein. Einstellungen, Anderes und hier Nachrichten von Kreaturen. Sagen, Emot, Schweigen, das alles aktivieren. Dann sollte Gorgwan diese Nachrichten hier im Chat von sich geben. Und ich habe es jetzt geschafft. Fröst ist dann abzugeben bei Gorgwan auf der Insel von Dorne an dieser Stelle im Gebäude. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Werbekur, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.